So, fast, fast, fast. Die Spitzhacke ist hoffentlich noch durch. Den einen schaffst du noch. Ja. So, da kommt nämlich Erde rein und dann eine Pflanze. Zack. Schön, oder? Die sind ein bisschen schief und wächst ins Fass rein. Okay, wir brauchen einen neuen Spitzhack. Wir haben eh noch Platz, also können wir da vorne bauen. Ich will hier nicht laufen. Lieber lasse ich mich erschießen von der Falle, als dass ich hier laufe. So, neue Spitzhacke. Zack. Okay, dann können wir weitermachen. Das ist hier echt knapp. Und hier ist gleich die nächste Grube dann. Ach, hier ist ja noch gar nichts gemacht. Okay. Das ist dann... Bei der Pflanze waren wir... Boah. Okay, das bleibt hier doch gleich. Soll ich mal erstmal wieder normal? Oh, Moment mal. So geht das aber nicht. Da muss Stein rein. Die Decke muss schon ordentlich sein. Hä? Ich glaube, wir haben hier die Höhle wieder gefunden. Hä? Oder eine neue. Ach, das wird die sein, wo wir da hochspringen konnten. Genau. So, jetzt geht hier bis zum Bildschirmrand. Und da ist aber sonst auch nichts. Okay. Kein Stein, den ich irgendwie übrig lassen muss. Perfekt. Aber jetzt muss doch bald mal Schluss sein, hier. Das wird wieder ein riesiger Raum, so wie das aussieht. Und der Grube darin. Ja, okay. Im Prinzip war das da vorne aber auch ein riesiger Raum. Das hier. Das ist auch ein riesiger Raum, bloß halt, dass die Grube den größten Teil ausmacht. Und der Zombie ist immer noch da unten. So, dann erst mal die Decke. Ja, und wir haben fast keinen Stein mehr. Ich glaube aber, wir haben ein 64er Stack noch, oder? Keine Ahnung. So, wie weit geht es da? Da geht es dann... Eins weiter. Also so. So, das hier ist Stein. Und dann haben wir auch schon keinen mehr. Gut, dann... Geht jetzt eins nach oben. Das heißt, das hier ist Stein. Und das heißt, ich brauche neuen Stein. Gehen wir zurück. Ich hoffe, ich habe den Stack noch. Ansonsten müssen wir nach Hause. Und neuen Stein holen. Wenn nicht in die Wand laufen. Ist irgendein Zombie. Ich glaube, der andere da hinten, der respawnt gerade. Könnte sein. Wir müssen mal nachsehen, ob er noch da ist dann. So. Oh, wir haben ihn noch. Erstmal das ganze Zeug hier weg, was weg kann. Zack, zack. Weg, weg. Weg, du kannst noch da bleiben. Dann den Stein. Und reparieren. Die Kiste wird auch wieder ziemlich voll. Ja, jetzt haben wir wieder Platz. Laufen wir zurück. Das wird auf jeden Fall noch einiges reichen. Ich glaube, der Stein sollte auf jeden Fall noch reichen, bis wir die neue Grube auch fertig haben. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Ganz vorne ist ein Küper. Den suche ich aber nicht. Beim Skelett hätte ich jetzt schon halt gemacht. Wir brauchen ja einen neuen Bogen. Nein, nicht laufen. Ist er denn jetzt da? Nein, er ist despawn, aber ein Skelett ist dafür da unten. Aber ich will da jetzt nicht runter. Okay. Das hier wird dicht gemacht. Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich. Aber das wird dicht gemacht. Das hier ist nämlich neu. Und dann geht das bis nach vorne. So, ich mache wieder erstmal hier das normal. Bis da vorne kann ich schon mal machen. Da ist nämlich ein Stein dann. Und den möchte ich schon mal da lassen. So, der ist dann hier noch nicht. Hier ist der. Und der Rest kann weg. So, kann weg. Okay, passt. Dann die Decke. Zack, okay. Dann ist das jetzt genauso wie da vorne. Also hier so. Wird auch wieder eine große Grube. So, dann. Bleibt es hier wieder gleich. Das hier kommt also weg. Ich dachte, die wäre da drin in der Höhle. Ich setze, dass die hinter uns. Warte. Oh. Zum Glück kommen die hier nicht hoch. Sie kommen hier nicht hoch. Oh, korrekt. Gut. Und hier wäre sowieso schon Schluss. Also, das ist für uns. Hallo. Ja, springe. Ich kann nicht springen. Spring nur schön. Spring nur schön. Spring nur schön. Ciao. Ach komm, lass sie mir. Sie ist doch egal. Äh, jetzt dachte ich gerade. Da steht schon einer und wartet auf uns. Da war erst der Busch. So, das hier ist auf jeden Fall eine Wand. Das heißt, die kommt dann weg. Also, da kommt der Stein hin. So, hier kommt es dann weg. Das geht dann bis komplett vor. Bis komplett vor können wir hier. Das ist, finde ich, gut. Dann. Ja. Kommen wir von der Höhle weg. Ich glaube, beim nächsten Mal kommen wir sowieso nicht mehr rein. Weil dann geht es wieder ins nach vorne. Oder? Geht doch wieder ins nach vorne. Ja, geht wieder ins nach vorne. Und ich habe es lieber hier ein bisschen was rausgraben, als die Höhlen. Wo wir dann nichts graben müssen, aber dafür den ganzen Stein hinlegen müssen. Weil dann müssen wir wirklich auf den ganzen Stein warten. Und so können wir einfach nur graben und fertig. Das dauert zwar etwas länger, aber dann müssen wir nicht die ganze Zeit warten und können wir nächstens etwas tun. Das hier geht dann wieder ins weiter. So. So. Das hier. Das hier geht dann wieder ins weiter. Doch, ins weiter, oder? Ach, Moment mal. Da vorne ist doch mal eine Höhle. Äh, ein Loch meine ich. Ein Loch. Keine Höhle oder so. Sondern ein Loch. Das ist nämlich... Eins, zwei. Eins, zwei. Loch. Äh, passt. So, hier ist ein Loch. Und dann... Geht es hier jetzt wieder eins nach oben. Das hier ist also eine Wand. Wie ich vorhin schon gesagt habe. So, und hier geht es wieder bis zum Bildschirmrand. Die ganzen Werkzeuge sind total kaputt. Ich habe schon so oft nach Neuen gefragt. Aber sie geben mir einfach keine. Ich muss immer mit diesem alten Zeug arbeiten. Ja. Wem nichts gegeben wird, der muss er sich halt selbst machen, oder? Das ist gerade wie eine Spinne und der Kippe von hinten. Ach, das war eine Fledermaus. So, töten wir den Zombie. Eins. Oh, oh. So. Was? Okay, der hatte keinen Bogen. Wie sieht es mit dir aus, Freundchen? Du hast gleich mal gar nichts. Ja. Ja. Okay, jetzt ist das Schwert auch fast kaputt. Äh, und ich bin sowieso voll. Das heißt, ich muss nach hinten. Aber keiner von denen hat einen Bogen gedroppt. Mano. Wir brauchen noch einen für die nächste Falle. Wenn die kommt, haben wir keinen Bogen mehr. Wir können jetzt nichts mehr reparieren. Höchstens, dass wir daheim noch irgendwas haben. Keine Ahnung. Könnte sein. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Dahin. Der Rest ist in Ordnung. Du dahin, du dahin. Zack, zack. So. Zack. Besser. Soll ich noch mal kurz auf die Uhr sehen. Ich will ja nicht allzu lange machen. Ja. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde geht noch. Also halbe Stunde auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann werde ich allerdings aufhören. Dann nehme ich wieder drei Stunden lang auf. Und das reicht. Zumindest für Minecraft, ansonsten ist die Festplatte voll. Ich will hier nicht vorbeilaufen. Ach du Scheiße. Er hat sie belebt. Hat der gerade einen Bogen getroppt? Nein. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Wie sieht es eigentlich mit der Rüstung aus? Die Rüstung sieht noch okay aus. Puh, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst bei den ganzen Kämpfen. Vorhin hätte er nicht kaputt sein können. Also zumindest der Helm. Okay, wir haben das. Ah, ich sehe gerade hier ein, das da oder das da. Was genau, weiß ich noch nicht. Dann muss ich später schauen. Das ist eine Wand. Aber hier sind wieder die Löcher. Der Rest passt. Äh, Decke. Decke. Ah, okay. So, und hier haben wir dann, bis, es bleibt gleich. Also wieder hier. So, das weg. Das wird auch wieder eine ziemlich große Grube, ja? Und vor allem so nah beieinander. So wie die anderen beiden hinten nah beieinander sind. So, das ist jetzt das vorletzte. Das ist auch wieder das hier. Und wieder hier drin. So. Dann haben wir da, war da gerade, nein, ich dachte, da wäre gerade eine Spinner, aber es waren offenbar bloß die Partikel. Das Steak haben wir vor dieser Aufnahme, glaube ich, noch gar nicht angegessen gehabt, oder? Das waren ja noch 64, jetzt haben wir nur noch 49. Wir haben 15 Steaks gegessen. In dieser, ach, guck mal. Ja. Das hier ist eine Wand. Und hier ist das Loch. Das geht hier so rum. Das hier ist eine Wand. Das hier ist eine Decke. Und hier bleibt es wieder gleich. Okay, halt. Da gehört die Erde weg. So, dann. Wieder gleich. Also hier ist es jetzt wieder komplett gleich. So, das hier. Hier ist jetzt auch dann weniger Erde. Das finde ich toll. Da müssen wir nicht wieder so viel Stein verschwenden. So, gleich müssen wir auch wieder was essen. Dann haben wir 16 Steaks gegessen. Ein Viertel Steak. Ich hätte jetzt gerne ein Steak. Mann, oh. Diese Minecraft-Figuren haben es echt gut. Die kriegen so leckeres Essen. Das klappt man gar nicht. So, das ist jetzt auch wieder gleich, oder? Ja, genau. Ist auch wieder so. So, hier kommt die Erde weg. Habe ich eigentlich die Decke gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe auch die Wand nicht zugemacht. Ach, komm. Einer verschwendet. Oh, Moment mal. Das soll aber nicht so sein. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Also das hier wird eine Grube und das ist einfach nur ein Loch. Das bleibt so. Das ist bereits fertig. Äh. Und hier haben wir die Wand, genau. So, jetzt muss ich weiter sehen. Okay. Okay, dann machen wir gleich mal. Jetzt sehe ich nämlich alles bis eins weiter sogar. Aber ich mache es nur bis hier, weil ich muss dann wieder ein bisschen runter, sonst sehe ich nicht, ob es da noch weiter geht. Egal. 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 Auf jeden Fall erst mal hier. Hier ist eine Fackel. Und da ist ein Loch. Perfekt. So, dann. Das hier ist eine Mauer. Und hier haben wir da ein Doppelloch. Dann haben wir Gemälde. Hier ein Zweier. Nein. Nein. Nicht so ein großes. Hä? Ah, da hat er sich versteckt. Nein. Jetzt komm schon. Nein. 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 Komm schon. Nein. Nein. Ich will ganz normales 2x1 Bild. Kein 2x2. Ja, endlich. Äh, so. Jetzt brauche ich neue Bilder. Essen wir mal was. Oh. Ah, jetzt mal die. Sie sind so schön, diese Lieder. Hinterholz. Aua. Fallen die Fußsohle. Wie hat er das geschafft? Ja, der hat ein Wundervoll gebracht. Okay. Ähm, 14. Ich brauche noch mindestens 2 Bilder. Das könnte vielleicht sogar reichen. Nee. Ähm, zack. 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 Aber jetzt reicht es definitiv. 5 sogar. Nein. So. Ach, nee, kommt noch nicht. Nein, ich wollte jetzt nicht laufen. Ich habe extra kurz losgelassen. Mist. So, hier ein normales und hier ein 1x2 Bild. Genau. Also hier ist eigentlich ein 3er Bild und hier hängen Ketten, aber egal. So, dann das nächste sehe ich unten nicht, aber hier sehe ich es. Äh, ich will das aber von unten sehen. Also gehe ich nochmal schnell ein bisschen zurück. Okay, ich habe es gesehen. Das ist wieder genau gleich. Also wieder von hier aus. Fledermaus, pass auf. Nicht, dass ich dich aus Versehen schlage. Dann jammerst du wieder. Weil eigentlich... Ja doch, sie könnten wieder jammern, aber das machen sie nur 2 oder 3 mal. Danach geben sie den Döffel ab. Okay, bei der nächsten Wand haben wir eine jetzt zum Weckschaufeln. Dann strapazieren wir die Schaufel auch, äh, die Spitzhack auch nicht mehr so sehr. So, jetzt machen wir erstmal die Decke. Ah, jetzt sind wir hier. Äh, Decke, Decke, Decke. Stein. So, das passt. Hier, Decke. Zack, zack, zack. Dann... Ach, komm, fläde Maus. So, das ist auch wieder hier gleich. So, jetzt rein. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt... Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir ja. So, jetzt... So, jetzt... Bis zum nächsten Mal.